Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Christian Eriksen meldet sich mit Selfie aus dem Krankenhaus. Nach dem Zusammenbruch am EM-Spiel vom vergangenen Samstag meldet sich Christian Eriksen aus dem Krankenhaus. Es ginge ihm den Umständen entsprechend gut. Christian Eriksen ist also wieder auf dem Damm. Der dänische Verband veröffentlichte am Dienstag in den sozialen Medien ein Foto vom Krankenhausbett, das den Spieler mit erhobenen Daumen zeigt. Ein großer Dank für all die süßen und tollen Grüße, Nachrichten aus der ganzen Welt. Diese bedeuten mir und meiner Familie sehr viel, schrieb Eriksen. Es ginge ihm den Umständen entsprechend gut, er fühle sich okay und werde im Krankenhaus noch einige Untersuchungen machen müssen. Nun werde ich die Jungs im nächsten Spiel anfeuern. Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand hatte am Samstag in der Partie von Dänemark gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Platz reanimiert werden. So, was sagt ihr zum Foto und was sagt ihr zu der ganzen Akte Eriksen? Schreibt es in die Kommentare. Ich persönlich war sehr, sehr geschockt und kriege gefühlt immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurückdenke und dann diese ersten Minuten, wo alles fraglich war. Ja, das schauert einem. Ja, hinterlasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.